Hallo. Was sagt ihr zur Situation? Wir sind ja auf dem Weg nach Augsburg und sind im Moment noch ein paar Reit. Und wir sind heute sehr kompakt unterwegs. Aber wir wollen eine kompakte Show spielen. Das ist ein Schwede, der sieht halt überhaupt zusammen. Wie man sieht, das ist eine sehr knappe Angelegenheit. Ja, auf jeden Fall. Bei Burning Ramp Festival 2015 brennende Rampen und jede Menge Skate Action. Brennende Rampen, brennende Skater, brennende Gitarren. Das sind ja echt jetzt Gelächter der Bayreuther Innenstadt. So ein Quatsch. Wir brennen jetzt. Also liebe Freunde der Headchets und natürlich auch liebe Freundinnen der Headchets. Wir sind jetzt hier in der Ballonfabrik. Wie man sehen kann, das ist eine geile Stage. Verzehrtraum. Findet sich alles gern noch im Aufbau. Der Jochen steuert auch. Pläne in der Gegenruhe, wie er es immer macht. So die Kollegen von Dama Joe, wie ich vorhin gelernt habe, machen gerade Soundcheck. Ich bin aber noch zu zweit. Ich glaube, normal ist es zu dritten. Schöne Gibson Lesnar Old Junior, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, die Jungs machen Garantenrock. Schon mal in Spanien. Ich glaube, das mache ich jetzt hier. Ich glaube, das wird ein bisschen dünner Geburtschauern presente. か았던 Auto undBrian委員og quiero pyramdeert, ich habe überhaupt nicht alles phenomenon in der5 Dec hingehe, Entschuldigung narrator das głos estávorschefet. Wir können aber seguridad, sollten wir auf den Militestpassenשרopers Mai selbst vielen thermige Moment нормesteuert. Ich komme heute Abend vor allem ge flo spending und bisherは Kommunistegal war. Ich stelle einfach lieber genau den Moment an manchen nós zu Falconmen. Es 괜찮ision auf sich sehr Monicaise oder Wemes flare, Community begger das Kohlen vom Tod und animationfrei, So sieht das Ganze aus. Die Lokalität innen habt ihr ja schon gesehen. Der spielt jetzt dann noch eine Band und jetzt wird gleich auf die Rampe angezündet und die Rampe brennt. Sau geil, man, sowas müssen wir mal bei uns machen, das ist der Shit. Bremschen her. Ah, ah, ah. Ja, ein kurzes Fazit. Schön war es, Augsburg macht Spaß. Vielleicht kommen wir bald schon, bitte. Ja? 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 Ja?